Liebe zweite Klasse, heute sprechen wir über Lektion im Badezimmer. Unter der haben wir der Kamm. Der Wasserhahn. Der Spiegel. Der Föhn. Unter das haben wir das Waschbecken. Das Waschbecken. Das Handtuch. Das Handtuch. Die Zahnbürste. Die Zahnbürste. Die Seife. Die Seife. Die Toilette. Die Toilette. Die Toilette. Die Badewanne. Die Badewanne. Die Badewanne. So, der Wortschatz dieser Lektion ist... Der Kamm. Der Wasserhahn. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Föhn. Der Föhn. Das Waschbecken. Das Handtuch. Die Zahnbürste. Die Zahnbürste. Die Seife. Die Toilette. Die Badewanne. Ein oder eine. Eine. Eine und eine with einem, an. Ein für die Worte deren Artikel der und das sind. Zum Beispiel. Das ist ein Kamm. Das ist ein Wasserhahn. Das ist ein Waschbecken Das ist ein Handtuch Aber eine, eine für die Worte, deren Artikel die ist Zum Beispiel Das ist eine Zahnbürste Das ist eine Seife Das ist eine Toilette Das ist eine Badewanne